Die Sonne erscheinen, auf eine Entfernung jedoch allmählich zum Fluchtpunkt hin niedriger werden. Obwohl die Sonne zu jeder Zeit oberhalb und parallel zur Erdoberfläche ist, erscheint sie von Morgen bis Mittag am Firmament aufzusteigen und am Abend unter den Horizont abzusteigen und zu versinken, sondern ziehen vielmehr im Uhrzeigersinn von Wendekreis zu Wendekreis konzentrische Kreise um den nördlichen Mittelpunkt, den Nordpol. Den optischen Eindruck vom Aufgehen, Gipfeln und Untergehen hat man aufgrund des allgemeinen Gesetzes der Perspektive, bei dem hohe Objekte bei Nähe hoch oberhalb erscheinen, auf eine Entfernung jedoch allmählich zum Fluchtpunkt hin niedriger werden. Obwohl die Sonne zu jeder Zeit oberhalb und parallel zur Erdoberfläche ist, erscheint sie von Morgen bis Mittag am Firmament aufzusteigen und am Abend unter den Horizont abzusteigen und zu versinken. Dies kommt von einem einfachen und überall zu sehenden Gesetz der Perspektive. Ein oberhalb einer flachen oder sumpfigen Landschaft fliegenden Vogelschwarm scheint beim sich Entfernen stets niederzugehen. Und wenn der Schwarm ausgebreitet ist, erscheint der erste Vogel niedriger oder näher am Horizont als der letzte. Das entfernteste Licht erscheinen, auf eine Entfernung jedoch allmählich zum Fluchtpunkt hin niedriger werden. Obwohl die Sonne zu jeder Zeit oberhalb und parallel zur Erdoberfläche ist, erscheint sie von Morgen bis Mittag am Firmament aufzusteigen und am Abend unter den Horizont abzusteigen und zu versinken. Erscheinen, auf eine Entfernung jedoch allmählich zum Fluchtpunkt hin niedriger werden. Obwohl die Sonne zu jeder Zeit oberhalb und parallel zur Erdoberfläche ist, erscheint sie von Morgen bis Mittag am Firmament aufzusteigen und am Abend unter den Horizont abzusteigen und zu versinken. Untertitelung des ZDF, 2020